Hallo zusammen, wenn man im Oktober letzten Jahres 10.000 Euro in Solana investiert hat, dann ist man jetzt mit einem satten 25x im Plus. Man hätte aus den 10.000 Euro also innerhalb eines guten Jahres etwas mehr als eine Viertelmillion Euro gemacht. Und da sieht man mal, wie schnell das gehen kann, dass aus einer noch einigermaßen überschaubaren Summe ein kleines Vermögen wird. Und natürlich ist das super schön, dass wir momentan alle, also zumindest fast alle im Plus sind und so. Aber manch einer oder eine hat jetzt vielleicht auch immer mehr so ein ungutes Gefühl bei dem Gedanken, jetzt auf einmal ungewöhnlich große Summen aufs Konto einzuzahlen. Und so langsam kommen dann die bohrenden Fragen auf, wie wird meine Bank so reagieren, wie erkläre ich das meinem Steuerberater oder auch hoffentlich mache ich keine Fehler bei der Steuer. Und die Sorge ist teilweise berechtigt. Man kann beim Auszahlen des Kryptogewinns ein paar ziemlich grobe Fehler machen mit weitreichenden Folgen. Wenn man da so ganz naiv rangeht und einfach mal so versucht, eine Viertelmillion auf sein Konto zu schieben, dann droht mindestens mal, dass die Auszahlung für sehr, sehr lange Zeit feststeckt oder dass womöglich sogar das Konto ganz gesperrt wird oder noch schlimmer direkt gekündigt. Und auf der anderen Seite gibt es auch ein paar Dinge, die man ziemlich easy machen kann. Und wenn man die beachtet, dann sollte es inzwischen kaum wirklich Probleme geben und man braucht sich dafür auch wirklich nicht zu fürchten. Ich habe mich einfach mal auf die Suche nach konkreten Informationen gemacht und kann auch das eine oder andere aus meiner eigenen Kryptolaufbahn beisteuern. Und ich kann sagen, dass es eigentlich im Wesentlichen drei Sachen gibt, auf die man achten muss. Und zwar sind das die Punkte, die richtige Börse zu verwenden, wie man mit seiner Bank umgeht und die sogenannte AVW-Meldepflicht. Und auf jeden Punkt gehe ich hier ein und versuche das auf der anderen Seite auch so kurz wie möglich zu machen, sonst verzettel ich mich hier in den Details und dann wird es, glaube ich, ein bisschen langweilig. Aber wichtig ist mir noch, darauf hinzuweisen, dass ich kein Experte zu dem Thema bin. Nehmt es mehr als eine Art Erfahrungsbericht oder Erfahrungsaustausch auch. Ich bin tatsächlich auch nur irgendein Krypto-User, nur eben schon recht lange dabei. Ich denke aber, dass ich hier die wesentlichen Punkte abgedeckt kriege. Wenn ihr dazu selber etwas beisteuern möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Aber bitte bedenkt, wenn ihr da was reinschreibt, dass ich nicht der Einzige bin, der die Kommentare liest. Teilt also nichts Privates oder Sachen, die ihr lieber für euch behalten möchtet beziehungsweise die auch bestimmte Stellen nicht erfahren sollen. YouTube-Kommentare sind tatsächlich nicht anonym. YouTube und Google, die kennen euch. Also nehmen wir mal an, ihr habt jetzt diese 250.000 Euro in Solana und dann müsst ihr die ja erst mal verkaufen und dafür braucht ihr eine Börse. Und klar kann man die Solana auch auf Radium oder Jupiter erst in Stablecoins umtauschen, aber auch dann müsst ihr ja die Stablecoins irgendwo in Euro auscashen. Kurzum, ihr braucht eine Fiat Off-Ramp. Meist also ist das eine Börse. Und das ist schon mal die erste Hürde, weil die allermeisten Börsen haben Obergrenzen, wie viel ihr pro Monat ein- und auszahlen könnt. Und das gilt auch, wenn ihr diesen ganzen Prozess mit Ausweis, Hochladen, Selfie und so weiter, also diese Kundenidentifikation schon gemacht habt. Diese Grenzen, die stehen bestenfalls da, wo man Geld ein- und auszahlen kann, also auf den Formularen in der Börse. Aber manchmal stehen die auch irgendwo versteckt in den AGB oder im Hilfe-Bereich und dann muss man recherchieren. Und normalerweise liegt das so im Bereich von 10.000 bis 50.000 US-Dollar oder Euro pro Monat. Manche machen das aber auch pro Tag. Hängt wirklich von der Börse ab. Ärgerlich ist, dass sie einen erst mal Geld oder Krypto einzahlen lassen und die Einzahlung dann einbehalten, wenn man über diese Grenze kommt. Das Geld ist also weg und dann muss man der Börse erst mal nachweisen, dass das Geld oder auch das Krypto nicht aus irgendwelchen dunklen Quellen oder Machenschaften kommt. Man schickt also schlimmstenfalls 200.000 Dollar oder so zur Börse und dann wird die Einzahlung zwar registriert, aber sie sperren die Einzahlung. Es ist also nicht so, dass sie das Geld wieder zurückgeben bis zur Klärung und die Kohle ist erst mal weg und jetzt hängt alles davon ab, dass die zufrieden sind mit den Infos, die man denen zur Verfügung stellt. Also, welche Unterlagen braucht man? Das kann sowas Simples sein wie ein aktueller Kontoauszug und das kriegt man sehr wahrscheinlich noch hin. Das kann aber auch eine super genaue und absolut lückenlose Historie sein, wie man zu den Assets gekommen ist. Und wovon hängt das ab? Also, in erster Linie hängt das von der Regulierung in dem Land ab, in dem die Börse sitzt. Und da gibt es einige ganz fiese Fallen. Zum Beispiel kann es sein, dass die Unterlagen in der jeweiligen Amtssprache des Landes sein müssen. Schlecht also, wenn die Börse auf den Seychellen sitzt. Also, dann muss man einen Kontoauszug zum Beispiel erst mal rechtsverbindlich übersetzen lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Man braucht dann eine sogenannte Apostille, also irgendwas super Teures vom Notar und von einem vereidigten Übersetzer. Möglicherweise braucht man das auch für die gesamte Transaktionshistorie. Und das dauert dann ewig. Man tut sich also selber einen riesen Gefallen, wenn man eine Börse verwendet, die am besten in Deutschland reguliert ist. Und klar gilt, dass jetzt entsprechend für Österreich, die Schweiz und so weiter, eben dann in den Ländern. Mindestens sollte die Börse aber EU-reguliert sein, wenn man in der EU ist. Und da gibt es auch tatsächlich ein paar, die ich so verwende. Aber ich nenne die jetzt hier nicht. Ich packe die Infos lieber unten in die Videobeschreibung. Ich mache hier tatsächlich keine Werbung. Und das sind auch keine Affiliate-Links oder so. Und vor allem ist das auch keine Empfehlung von mir, sondern einfach nur Links zu Börsen, von denen ich weiß, dass die in Deutschland reguliert sind. Der Sitz in Deutschland oder in eurem eigenen Land hat auch den Vorteil, dass ihr im allerschlimmsten Fall die Börse auch verklagen könnt, wenn sie euer Geld einfach nicht rausrücken wollen. Und es hilft wirklich, wenn man ab einem bestimmten Zeitpunkt einen Anwalt einschaltet, wenn es dann einfach so gar nicht weitergehen will. Und das von hier aus irgendwo in Asien, in der Karibik oder auf den Seychellen zu versuchen, das würde ich mir lieber sparen. Wichtig ist, und jetzt kommt der allerwichtigste Tipp, wichtig ist, dass ihr eine lückenlose Transaktionshistorie pflegt. Das ist quasi das A und O bei allen einzelnen Schritten, um die es hier geht. Krypto heißt Eigenverantwortung. Das heißt, keiner macht das für euch. Das müsst ihr selber machen. Ist also nicht wie bei der Bank, wo alles auf dem Kontoauszug steht und den kriegt man einmal im Monat quasi frei Haus geliefert. Achtet darauf, bei manchen Börsen stehen die Daten immer nur für drei Monate zur Verfügung und die sind danach für immer weg. Ladet die immer sofort runter und packt die irgendwo hin. Und dazu empfehle ich auch sehr, sehr früh damit anzufangen, alles in einer Krypto-Steuer-Software zu erfassen. Und inzwischen gibt es dafür ziemlich exzellente Tools und ich verwende da Krypto-Tax-Calculator. Aber nur weil ich das selber auch benutze, erwähne ich das überhaupt. Ist auch keine Werbung, einfach nur eine eigene Erfahrung. Das Ganze ist natürlich Arbeit, aber das zahlt sich aus. Spätestens bei der Steuer braucht man das sowieso. Und es kann immer vorkommen, dass die Börse oder die Bank sowas haben will. Und worauf kommt es bei der Historie so an? Eigentlich nur, dass man nachweisen kann, dass man seine Assets nicht aus illegalen Aktivitäten bezogen hat. Und dafür muss man zeigen können, von welchem Geld man was gekauft hat und dass dann eben nichts aus illegalen Aktivitäten stammt. Dazu zählen so selbsterklärende Sachen wie Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Erpressung, Hacks von irgendwelchen Börsen oder so, Menschenhandel. Aber das können auch andere Sachen sein, die nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Steuerhinterziehung oder auch Glücksspielgewinne bei illegalen oder nicht regulierten Anbietern. Und das nur mal so am Rande. In manchen Ländern wird ja diskutiert, ob Polymarket zum Beispiel eine illegale Wettplattform ist oder nicht. Zum Beispiel in Frankreich. Insofern sind die Grenzen da auch irgendwie nicht ganz klar definiert. Die zweite Hürde ist dann die eigene Bank. Und irgendwann ist man also dann mit der Börse durch und das Geld soll dann auf das eigene Konto ausgezahlt werden. Und was kann da passieren? Früher habe ich das super oft gehört, dass wenn man einfach mit einer Riesensumme um die Ecke kam, die dann auch noch von einer Kryptobörse stammt, dann wurde schon mal direkt das Konto gesperrt oder noch schlimmer ganz gekündigt. Ist mir zum Glück selber noch nie passiert. Und ich glaube, heute ist das auch nicht mehr so schlimm wie früher. Die Banken sollten sich inzwischen daran gewöhnt haben, dass es Krypto gibt. Und ich denke, dass sich da vieles gebessert hat. Aber klar, das Risiko besteht heute immer noch. Vor allem, wenn man einfach mal so mit einer Viertelmillion Euro ankommt, ohne Vorwarnung und alles. Daher, je nach Größenordnung, kann ich nur dringend empfehlen, vorher den Bankberater anzurufen. Das führt mich zu dem Punkt, den jetzt wieder alle doof finden oder so. Ich empfehle wirklich von Direktbanken, Internetbanken und so weiter erst mal abzusehen. Wenn man nur eine Hotline als Ansprechpartner hat, dann ist das immer ein bisschen Glücksspiel. Und ich hatte früher die FIDOR-Bank und das kann ich sagen, weil es die inzwischen nicht mehr gibt. Und man, was war das immer für ein Murks, wenn man da was zu klären hatte. Hotline-Mitarbeiter, die kein richtiges Deutsch sprechen, Schablonen-Mails von Support-Robotern, die nichts kapieren. Also es war absolut schrecklich. Es mag da tatsächlich auch bessere Beispiele geben, aber ich persönlich spreche lieber mit einem Menschen, der mich kennt. Und das macht vieles häufig sehr, sehr leicht. Ich empfehle also, die Bank anzurufen und ganz klar zu sagen, dass man mit Krypto Gewinn gemacht hat und dass man jetzt gerne was aufs Konto zahlen möchte. Und man sollte fragen, ob das geht und welche Unterlagen man benötigt und was man sonst noch alles beachten muss. Also alles direkt und offen fragen und am besten direkt auch die Summe nennen, um die es geht. Und ich weiß nicht, ob das hilft oder keine Ahnung, aber eine Möglichkeit wäre auch einfließen zu lassen, dass man das Geld vielleicht anlegen möchte. Also ich meine, warum nicht? Vielleicht hilft das ja, würde ich aber tatsächlich nur machen, wenn ich das auch wirklich vorhabe. Weil wenn man dann nachher doch einfach nur ein Ferrari kauft mit dem Geld, dann ist das Vertrauen wahrscheinlich auch weg. Dann würde ich das direkt von vornherein sagen. Ich zahle mir Geld aus und ich möchte mir ein Ferrari kaufen oder sowas. Und das ist vor allem mit dem Anlegen, mit dem Geld anlegen, das ist vor allem gar nicht so doof, weil man ja nur eine Einlagensicherung von 100.000 Euro hat auf dem Konto. Also ist das schon sinnvoll, wenigstens das Geld in einem Geldmarktfonds zu parken oder ähnlichen Anlageformen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema und darauf gehe ich jetzt nicht ein. Bei sehr hohen Beträgen muss man dann in der Regel eine Transaktionshistorien nachweisen. Und da hilft es dann, wenn man das schon parat hat. Es sieht eben nicht gut aus, wenn man danach erstmal wieder wochenlang abtaucht, weil man erst noch das Ganze durcheinander in den Griff bekommen muss und dann wiederkommt und sagt, ich habe nur einen kleinen Teil der benötigten Unterlagen zusammen oder so. Jedenfalls, bevor das nicht alles geklärt ist, würde ich kein Geld von der Börse auszahlen. Und man muss sich auch mal überlegen, ob man für diese Zeit die Assets nicht von der Börse wieder abzieht ins eigene Wallet. Weil wenn das Ganze länger dauert und irgendwas in der Zwischenzeit mit der Börse passiert, dann ist das natürlich auch ziemlich schlecht. Man sollte dann auch bedenken, dass das, was man erstmal auf dem Bankkonto hat, dass das möglicherweise nicht wieder so schnell in Krypto zurückfließen kann. Es kann da tatsächlich alles Mögliche passieren. Also stellt euch mal vor, eure Börse ändert, die AGB wird verkauft an ein US-Unternehmen oder so. Und schon gelten da wieder irgendwelche neuen Obergrenzen und Regeln. Und ihr bekommt das Geld vom Konto nicht mehr zurück auf die Börse. Und jetzt noch der letzte Punkt zur Bank. Die ist verpflichtet, eingehende Zahlungen ab einer bestimmten Größenordnung dem Finanzamt zu melden. Daher sollte man auf jeden Fall an die Steuer denken. Und dazu kommt von mir später nochmal ein anderes Video. Also am besten mal den Kanal abonnieren. So, und wenn das mit der Bank dann geklappt hat, dann ist der dritte große Punkt die sogenannte AVW-Meldepflicht. Und danach seid ihr selber verpflichtet, Zahlungen aus dem Ausland oder auch ins Ausland ab 12.500 Euro an die Bundesbank zu melden. Und das kann echt teuer werden, wenn man das vergisst. Da können also Strafen von bis zu 300.000 Euro auf euch warten. Und deshalb sollte man das auch wirklich machen. Und laut Bundesbank selber ist der Sinn davon, dass sie Statistiken darüber führen, wie viel Geld ins Ausland fließt und so. Und natürlich, um Geldwäsche zu verhindern. Naja, und ich spare mir jetzt mal meinen eigenen Kommentar dazu. Tatsache ist, dass man eben dazu verpflichtet ist. Und ich kann hier kein solches Video machen, ohne dass ich das auch erwähne. Man braucht aber nur Transaktionen zu melden, die von einem Konto außerhalb von Deutschland kommen oder die von Deutschland ins Ausland gehen. Und da kommt es auf die IBAN an. Also, mal ein Beispiel. Ihr habt eine ausländische Börse, aber das Konto dieser Börse fängt mit DE an. Da muss man nichts melden. Und umgekehrt hätte man jetzt eine deutsche Börse, aber das Konto fängt nicht mit DE an. Also zum Beispiel mit LU. Das steht für Luxemburg. Und das kommt tatsächlich vor. Dann muss man das tatsächlich melden. Macht euch da aber bitte selber schlau. Das ist nur ein Hinweis von mir, dass es sowas gibt und dass es wichtig ist. Links dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das selber mal nachlesen. Und zum Glück ist das tatsächlich nicht viel Arbeit. Man kann das problemlos per Telefon. Da gibt es eine Hotline bei der Bundesbank. Es ist also kein Webformular oder so. Es ist irgendwie schon krass. Aber wie gesagt, was ich davon halte, das erspare ich euch jetzt. Die Nummer, die Telefonnummer, die steht jedenfalls unten in der Videobeschreibung. Und auch ein Link zu Infos, was die so wissen wollen. Es ist in der Praxis recht harmlos und auch immer ein bisschen witzig. Manchmal hat man den Eindruck, man weckt da irgendeinen Beamten aus dem Tiefschlaf auf, wenn man da anruft. Manchmal ist es aber auch irgendwie nur so eine Roboterstimme. Okay, gut, ich weiß, das ist eine ganze Menge und ich sage auch nicht, dass ich das irgendwie toll finde. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch sagen, dass wenn man das einmal alles durchgemacht hat und das auch ordentlich gemacht hat, dann hat man mehr oder weniger freie Bahn. Und dann ist das eigentlich auch kein so großes Problem im Alltag später. Und ich respektiere das auf jeden Fall, wenn man da keinen Bock drauf hat und dann lieber auswandert oder so, kann ich auch super gut verstehen. Aber hier in Deutschland ist das einfach die Realität und ich kann es eben auch nicht ändern. Also finde ich mich damit ab und gehe dann entsprechend wählen oder sowas, was weiß ich, was man dagegen machen kann. Und ich hoffe jetzt, ich konnte mit diesem Video dem einen oder anderen helfen und vielleicht auch die Angst nehmen, wenn es um so hohe Beträge geht. Wenn ihr dazu eigene Erfahrungen habt und vor allem auch nützliche Tipps, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Ich finde das auf jeden Fall immer spannend. Passt aber auf, was ihr da reinschreibt. Ihr seid nicht anonym auf YouTube. Ich würde mich also zurückhalten mit Kommentaren wie, ich zahle keine Steuern und ich melde auch nichts oder so. Und dann könnt ihr nämlich eigentlich auch direkt beim Finanzamt anrufen und denen das persönlich sagen. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich da manchmal, was manche Leute da in meine Kommentare einschreiben. Okay, und jetzt genießen wir erstmal wieder das Kursfeuerwerk. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute.